Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Ich werde nämlich Ash heute ganz viele Aufgaben stellen, wenn er sie erfüllt, kriegt er 100 Euro, ich fange direkt an mit dem härtesten gefühlt, das ist richtig fies. Was machst du denn gerade? Das sieht aber nicht so aus, als ob du gerade Zeit hättest. Ich gucke YouTube. Wie lange noch? Ich bin fertig. Was sagt ihr zu Ash neuen Haaren? Wie heißt diese Frisur? Ich einfach seid noch, allerdings nicht. Ash meinte mal, er möchte Boxnachschnitt irgendwann später machen. Oh, da läuft man auch schon rum, die darf man sich nicht sehen. Ash meinte mal, er will Boxnachschnitt machen. Sollen wir uns das zusammen machen? Schreibt einen B in die Kommentare, wenn wir beide Boxnachschnitt machen sollen. Die ersten 100 Euro, Ash, die bekommst du, wenn du ein Paar Schuhe anzündest. Was? Schuhe anzünden. Toll, das Zeug ist da. Das erste Schuhpaar, das du siehst, zündest du an. Und? Welche sind hier irgendwo? Ja, Fox. Stopp, 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 was sind meine? Der sieht aus wie karamellisiert. Oh, der quallt. Stinkt. Oh, widerlich. Rip, rip meine Schuhe. Es riecht ja wie ein Silvester. Eigentlich habe ich gehofft, dass das Ash-Schuhe sind. Und dieser, oh mein Gott, oh mein Gott, warum brennt der so gut? Stinkt eure Schuhe an. Nein, mach das nicht nach. Ja, okay, Ash, es ist gut, du hast es schon geschafft. Du hast es geschafft, Kumpel. Ich würde den ja nicht gerne noch als Gartenschuhe benutzen, weißt du? Ja, der brennt noch. Nein! Digga, das... Ash, nein, nein. Nein. Bleibt mir so... Nein. Und was sagst du? Ist gut, ist gut. Nee, das kannst du nicht bringen, Alter. Ash, ich will sagen, die Aufgabe hast du... Nein, okay, du hast die Aufgabe schon... Der klebt, der klebt, der klebt. Das ist wie Käse. Wir müssen den irgendwie löschen. Warte, ich schmeiße nicht auf mich. Äh, Digga. Mit Air Force am Brennen. Air Force on Fire. Aufgabe gemeistert, eigentlich habe ich auch gehofft... Ja, wir sind ausgeschlossen. Was? Wir sind ausgeschlossen. Du kannst übrigens... Du kannst froh sein, dass ich dir die 100 Euro überhaupt gehe. Eigentlich dachte ich ja, nehmen wir die Schuhe hier. Ich habe gerade doppelt verkackt. 100 Euro verloren und Air Force verloren. Wobei die Air Force gar nicht so schlimm, weil ich habe die schon seit 5 Jahren oder so und die sind einfach Müll gewesen. Aufgabe 2, let's go. Ich habe gerade gesehen, dass Papa draußen sich sonnt und schläft. Und diese 100 Euro bekommst du, wenn du fettest, das fetteste Glas, was du finden kannst, auch verraschendest. Ohne Vorankündigung. Ey, was glaubt, die 100 Euro kriege ich erst mal. Noch hast du es nicht geschafft. Ja, irgendein richtig fettes Glas. Also so richtig fett einfach. Guck mal, das einfach mit Wasser füllen. Am besten richtig schön arschkalt. Genau. Warte kurz, warte kurz. Da liegt Papa. Warte kurz, warte kurz. Ich muss kurz in der Unterhose zusammen. Der chillt gerade komplett sein Leben. Das wird so ehrenlos. Erst was denkst du, wie er reagieren wird? Nein, das ist wahnsinnig. Ey, es ist doch so warm gerade. Eben. Und wenn man denn kaltes Wasser kriegt, das ist dann nicht nur ein Unterschied von... Ey, Mama, was geht? Oh, ihr seid irre. Ey, du gehst von einem 6 ins Bett. Du fährst nicht an den Computer. Tun uns aufrichtig leid. Aber hey, wie bekommst du? Ich geh mit 50 auf, dann vergisst du das wieder. Was? Ich geh mit 50 auf, dann vergisst du das eh wieder. Ey, ey, das ist gut. Ich geb dir 50 Euro und dafür löst du das mit dir. 50? Da kannst du 10 so eine Scheine bringen und das machst du nicht wieder gut. Und dann ist alles... Hahaha. Und dann hast du noch einer. Nein. Was? Andere Scheine, eine andere in Hand. Was ist denn der hier? Hahaha. Nimm doch. Nimm doch. Hast du das mit dem was eingeschmiert? Hahaha. Nimm doch. Komm mal, macht euch das Spaß, mich hier zu verarschen oder was? Nimm doch. Nimm doch. Oh Gott. Du Scheiße. Kommt noch ein Glas, Kumpflaster, glaube ich. Lass noch ein Glas. Der Arme. Hahaha. Geld her. Hörst du, hier ist das Geld zurück. Ja. Ich krieg das Glas. Geld her. Geh mir das Glas. Geh mir das Glas. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, okay. Gut. Wir holen uns das Geld wieder. Spürt Mama und Papa aus. Ja. Du kriegst 100 Euro. Warum ich jetzt auf einmal? Wenn du, wenn du Christi jetzt die ganze Zeit ignorierst. Hm? Wie lange? Sag mir ne Zeit. 10 Minuten. Nur 10 Minuten für 100 Euro? Ja. Klar mach ich das. Warte nach oben. Hast du da irgendwelche Hintergedanken oder was? Puh. Ich denke, wie ich das hier verarscht. Ey, für refreshe Haare. Ja, ne, danke. Wird was? Danke. Wer will was trinken gehen? Ja bitte. Also Gökhan, du willst was haben, ne? Andi, du? Na lange. Okay, einmal. Du, was möchtest du haben? Cola, Eistee, Dream Bear Medition schmeckt? Es riecht heftig. Es riecht gut, aber es schmeckt nicht so wie es riecht. Es riecht ja übel geil. Also bisher alles easy. Hallo? Also Esch, fangen wir mal wieder nach unten gehen in 9 Minuten oder so, ne? Acht. Acht Minuten. Also irgendwas, das kneift mich. Du könntest Dollar machen. Wie bitte? Noch Dollar? Was? Nein. Ich finde, du machst das richtig gut, Esch. Ah! Digga, irgendwie Krebse sind hier in der Luft oder so. Ich weiß es nicht. Wie geht er mich? Also, mir geht es ziemlich um. Die ist wasserfest, wollte ich sagen. Also Esch, ich finde, kannst du irgendwie irgendwas machen und wir wieder runter gehen? Können wir wieder runter gehen? Sieht gut aus, oder? Ja. Esch, willst du nicht, dass wir runter gehen wieder? Oder willst du mich hier weiterleiten lassen? Hä, was ist denn? Was ist was? Bitte? Hier. Kann man das schon aufmachen, oder? Nein. Du brauchst noch ein Frips. Wollte ich verraschen? Alter. Wir machen dir ein bisschen mehr Volumen rein, ja? Du Scheiße. Seht gut aus, Esch. Eins bis zehn, zehn. Nein, nein, nein. Schon Smash, oder? Kuss Mord. Was passiert denn mit mir? Nein, nein, nein. Was hast du mir hier eingebrockt? Sag mir jetzt die Wahrheit. Hä, was ist da drin? Das ist so warm. Äh. Baa, warte mal. Was ist da so? Baa, warte mal. Baa, warte mal. Warum ist das so orange? Hä? Ihhh, du hast mich gelassen. Ihhh, das ist richtig orange, ne? Baa. Das ist so ein Saft. Guck mal, das ist so ein Stückchen. Was ist das so orange? Ey, ist das Lilos Kacke, oder so? Wer will noch? Nein, 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 bitte, bitte. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, wirklich. Dann sprühe ich dich voll mit der Saft. Ihhh, was ist das? Äh, das geht schon nicht. Ihhh. Können wir bitte wieder runter gehen? Mhhh, ja. Bitte, bitte, bitte. Sind sie um, sind sie um? Warum werde ich eigentlich die ganze Zeit nass? Oh, ich hab euch alle so lieb. Ey, ich verpasst es. Halbzeit. Hat jemand ne Schere? Ich muss ganz dringend auf Klo. Links oder rechts? Okay, wir nehmen die große Schere. So, wollen wir mit nem Pony machen? Ich mach' alles für die 100 Euro. 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 Du musst es gerne machen. Erdbeben! Dollar, 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 dollar. Das glaube ich nicht. Ich guck' dich an. Nein, mach's doch. Ohhhh! Das war nicht. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Weg, weg, weg. Ash, wir sind hier fertig, okay? Ich geh' jetzt runter und krieg' die 100 Euro. Ich bin 200, wenn du mich nicht verignorierst. Alles klar. Hä? Wirklich? Ja. Ich sah an die 200 Euro ab. Und Chrissy ist die tollste Freundin. Ich je kenn'lernen. Weiter geht's. Ja, weiter geht's. Du bekommst die nächsten 100 Euro, wenn du zu Andy gehst. Und dir einen Kuss auf die Wange gehst. Nein, nein, nein. Nein, nein. 200 Euro. Ich lau' an dich. Nein, doch nicht. Okay, wir kommen dann wieder. Wenn du keinen Koffi auf die Wange geben möchtest, dann umarmen sie dich einmal kurz. Doch, so einmal umarmen. Der Freund ist daneben. Für 10 Sekunden. Drei Sekunden lang umarmen, okay? Nein, nein. Für drei Sekunden 100 Euro. Gehst Chrissy umarmen, 50 Euro. Wer schaut an den Fixingskirchen rum? Umarmen? No. Und Ed, wie geht's dir? War doch nicht so schlimm, oder? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Habe ich einen netten Bruder? Ja, sehr süß. Ja, ne? Ja, ging? Nochmal, für die nächsten 50 Euro. Nochmal? Ja, mach 50 Euro. Okay, einmal. Was? 50. Ja, okay, okay. Es wird Zeit für die letzte Aufgabe. Ash, du bekommst die letzten 100 Euro, ja? Ja. Wenn du jetzt zu Mama und Papa gehst, ich habe glaube ich gerade gesehen, dass wir auf der Couch chillen und die nach Tipps zum ersten Mal fragst. Hä? Tipps. Ich möchte so ein paar Tipps zum ersten Mal. Was? Das erste Mal so ein paar Tipps. Erstes Mal was? Erstes Mal... Erstes Mal Fortnite spielen. Ach so. Ja. Dann musst du Sex fahren. Ich brauche ein paar Tipps zum ersten Mal. Vollkampf spielen? Nein, nein. Erstes Mal. Welches ist das erste Mal? Ja, das erste Mal halt. Tuben backen? Nein. Rauchen? Nein. Irgendwelche Drogen? Nein. Irgendwelche Drogen? Mit Mädchen? Habt ihr Tipps oder so? Text? Ich frag Max. Wie man da ein bisschen vorgeht so? Ich frag mein Bruder, der weiß es bestimmt. Soll ich jetzt Stellung erklären jetzt nochmal oder? Die kenn ich schon. Hallo? Ja, hallo? Was fragst du das? Die kennst du schon? Ja, nochmal. Geht die Brille nicht runter im Cognito-Modus? Davon will ich nichts wissen. Ach so. Habt ihr nicht so schon? Du fragst deine Freundin, die weiß Bescheid. Der hol das nochmal. Ich breche ab. Abbruch. Abbruch. So unangenehm. Hast du gut gesehen? Hast du gut durchgezogen? Also wenn das mal nicht unangenehm ist, weiß ich nicht. Es war es unangenehm oder war es nicht unangenehm? Wie fandst du es? Wer hat dir jetzt mal wie Esch deine Aufgaben gemacht hat? In den Kommentaren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich breche das Video an der Stelle ab. Ciao.